Ihre Freundin Nina will Sie am Samstag treffen. Sie können nicht. Schreiben Sie an Ihre Freundin eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Wann treffen? Mitbringen? Liebe Nina, alles okay bei dir? Ich kann dich nicht am Samstag treffen. Ich muss leider nach Kakamega fahren. Konnten wir uns am Montagabend treffen? Ich bringe Bananen von Kakamega mit. Dein Richard Sie haben Ihren Sommerurlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Türkei verbracht. Sie glauben, dass Sie Ihren Fotoapparat im Hotel vergessen haben. Schreiben Sie an das Hotel eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Wann haben Sie Urlaub gemacht? Antwort Ich bitte hoffentlich um Ihre schnelle Antwort. Viele Große. Ferdinand Der Kurs geht zu Ende. Sie wollen Ihre Lehrerin oder Ihren Lehrer zur Party einladen. Warum schreiben Sie? Wann mitbringen? Lieber Herr Felix Wolfgang, ich möchte Sie herzlich zu unserer Abschiedsparty einladen. Die Party findet am Freitagabend von 20 Uhr bis 22 Uhr. Bitte bringen Sie nichts mit. Es wird viel Essen und Getränke geben. Bitte schreiben Sie mir bald. Viele Große. Thomas Glück Die Party Der Kurs DieOS Das